Jetzt haben wir hier hinter dem Vorhang was ganz Besonderes. Ich glaube, das hat man noch nie hier auf der Bühne gesehen. Aus dem Fernsehen kennt man Hannes und den Bürgermeister. Und da hinten sitzen zwei, ich sage jetzt einfach mal, der Rektor und sein Hausmeister. Jetzt wer könnte das sehen? Die wären ganz oft imitiert, aber keiner kommt so richtig ans Original ran. Aber die zwei, die jetzt da hinten sitzen, die kommen ganz nah ans Original ran. Bin gespannt, ob ihr erkennt, wer das ist. Viel Spaß mit dem Hausmeister und dem Rektor. Applaus! Ja, Schule Münhausen Ehingen, Dufner, guten Morgen. Ja, wer ist krank? Ah ja, ja gut. Okay, habe ich notiert. Dankeschön. Wiederhören. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Dufner. Guten Morgen, Herr Dufner. Guten Morgen. Habe ich Ihnen da Post schon mal gebracht? Ja, prima. Dankeschön. Bitte, bitte. So, Ihnen ist aber schon recht warm heute Morgen, Herr Dufner. Na ja. Im Munddäumen. Ich schwitze halt immer gleich. Ja, ja, aber müde sind Sie auch schon, gell? Das ist ja auch Pokémon. Die haben schon seit dem 6 Uhr da heute Morgen. Na ja, gut, okay. Ja, ja, haben Sie irgendein Problem, dass Sie schon so früh da sind? Ja, es geht ein Problem, Herr Dufner. Das Klo ist verstopft, Herr Dufner, Herr Dufner. Das Klo ist verstopft, Herr Dufner, verstopft. Mach's frei, oh Robi, oh Robi, oh Robi. Mach's frei, oh Robi, oh Robi, oh Robi. Mach's frei. Mit war denn, Herr Dufner, Herr Dufner, Herr Dufner? Mit war denn, Herr Dufner, Herr Dufner? Mit war? Mit dem Stößel, oh Robi, oh Robi, oh Robi. Mit dem Stößel, oh Robi, mit dem Stößel. Ja, come, Herr Dufner, Herr Doofner, Herr Dufner, ja, come. Yeah, den Kauf er. Den Kauf ein. Ja wo denn Herr Lufner, Herr Lufner, es kann ja bloß er fragen. I de ZG, o Robi, o Robi, o Robi Gang in ZG, o Robi, ZG Tja I ha ko Geld, Herr Dufner, Herr Dufner, Herr Dufner I ha ko Geld, Herr Dufner, ko Geld Gang ufs Rathaus, o Robi, o Robi, o Robi Ufs Rathaus, o Robi Oder grad zum Lehmann, der hockt doch der Hunde Die ha naukos, Herr Dufner, Herr Dufner, Herr Dufner Die ha naukos, Herr Dufner, die ha n kos Ja, jetzt, wa ma ma den? I holl an da om, Herr Dufner, Herr Dufner, Herr Dufner I holl an da om, Herr Dufner, da om Okay, na gang etz, o Robi, o Robi, o Robi Na gang etz, o Robi, o Robi, gang hom Ja mit wahr denn, Herr Dufner, Herr Dufner, Herr Dufner Ja mit wahr denn, Herr Dufner, Herr Dufner, mit wahr Mim' Auto, oh Robi, oh Robi, oh Robi, mim' Auto, oh Robi, oh Robi, nehm's Auto. Há ca' Auto dá, Herr Dufnor, Herr Dufnor, Herr Dufnor. S Auto ischit dá, Herr Dufnor, ischit dá. Ja, na nimm's Fahrrad, oh Robi, oh Robi, oh Robi, nehm's Fahrrad, oh Robi, nehm's Rad. Statt! Fradich, da hom! Herr Dufner! Herr Dufner! Fradich, da hom! Herr Dufner! Der hom! Na laufs halt! O-Rubi! 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 Na laufs! Gat da oit! Herr Dufner! Herr Dufner! Der skat da oit! Herr Dufner! Herr Dufner! Das skatit! Warum it? O-Rubi! O-Rubi! Warum it? Oh, Robi, warum? Sie ist gleich festbar, Herr Dufner, Herr Dufner, Herr Dufner. Sie ist gleich festbar, Herr Dufner, Herr Dufner. Sie ist festbar. Da gehst heut nach dem Festbar, Robi. Oh, Robi, oh, Robi, da gehst nach dem Festbar. Oh, Robi, gang später. Oh, Robi, 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 oh, Robi. Das Klo ist verstopft, Herr Dumpfner, Herr Dumpfner. Das Klo ist verstopft, Herr Dumpfner, verstopft. Also, ich glaube, wir haben wirklich zu viel versprochen, wir haben sie alle erkannt. So gut verkleidet war der Robi Dumpfner und der Werner Dumpfner, glaube ich, noch nie. Das ist euer Applaus, Obi, Obi. Das ist euer Applaus, Obi und Werner. Na, Dankeschön. Auf der Robi und der Werner ein dreifaches Käferle! Käferle! Flieg! Käferle! Flieg! Danke. Flieg! Mit dem光, Felden? Vielen Dank.